Der Anfang braucht immer Überwindung. Die erste Schraube. Die erste Seifenkiste. Wo soll ich leben? Klassisch wäre sich da davon so trennen, aber es macht mich stolz. Jeder kommt nicht für mich. Jede volle Dose. Auch wenn es nicht steht, soll es schneller aussehen. Ein Ziel ist es, dass mein Auto cool aussieht. Man denkt an nichts anderes mehr. Man überlegt, zeichnet, verwirft und es beginnt wieder neu. Immer und immer wieder. Und wenn es dann passt, dann ist es geschafft. Und dann nimmt es seinen ersten Atemzug. Schneller und schneller und schneller. Keine Limits. Und dann schaltet es auf Köln. Jeder Kilometer bringt dich ein Stück näher das Ziel. Und dann schaltet es auf Köln. 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 Und dann schaltet es auf Köln.